Ja, alle ausgestiegen. SUV steht jetzt da. Oh, wir haben den kaputt gemacht! Oh, ich sehe da schon wieder einen hinrennen. Oder bist du das, Parry? Bandit Level 2? Nee. Okay. Ja, da rennt schon wieder einer hin. Ich lauf da auch wieder hin, klar. Der ist vor mir leider. Weiß so ein beschissenes Baum gehabt. Wie vor mir rennt der im Zickzack. Der rennt durch die Stadt an der Kirche vorbei. Setz dich mal, setz dich mal hin kurz. Kann ich, ich muss schnell zu der Leiche. Bist du klar an so einem Gamehouse? Ich bin Presse-Skin, Hero Level 1. Der Typ rennt gerade vor der Kirche vorbei. Okay, weil ich sehe noch einen. Perry, hast du so einen anderen Hut an? Ja. Guck mal, bin ich hinter dir? Nee. Nee, ich bin nicht an dem Gamehouse. Ich lauf grad zur Feuerwehr. Da rennt einer mit Presse-Skin. Ich schieße. Ja, das bin ich. Presse-Skin bin ich. Ich hab einen angeschossen. Ich bin gleich zum Ordner. Einer ist an der Feuerwehr, den hab ich angeschossen. Wo an der Feuerwehr? Da hol ich dich schnell. Äh, da hinten. Oh, hier ist schon einer. Ich hab noch einen angeschossen. Fuck, der hat mich schon gelootet. Einer ist in der Feuerwehr drin. Hier ist einer bei den Leichen. Okay. Ich kann ihn aber nicht töten. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich hab keine Muni mehr. Der probiert mich grad zu töten. Ergebnis. Der Typ ist hier hinter der Fire Station. Der schießt die ganze Zeit auf mich. Schießt? Bist du das Muka vor mir? Ich schieß da, ja, ja. Ja, ja. Da ist er bei den Leichen. Fuck, jetzt hat er mich, glaub ich. Ich hab Palim getötet. Ich bin eine Leiche gerade. Hier ist auch noch der andere Typ. Fuck, jetzt bin ich tot. Einer hat den mit der Dings getötet. Bist du das mit dem Bandit, der den getötet? Ja, 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 ich bin hier. Okay. Bist tot. Okay, okay. Jetzt gibt der Deckung, du kannst hier looten. Das Problem ist, ich sehe schwarz-weich so das. Bist du das? Ja, ja, das bin ich. Loote schnell. Der hatte die M24 auch dabei. Die war ich, die M24. Okay. Das war meine. Ich hatte ja auch noch eine. Dann hat Perry dich getötet. Toll, auch nicht schlecht. Der tut mir lange. Zu viel. Wir wussten nicht, was du eine Waffe hast. Ah, hier sind noch umgekippte Bäume. Aber hat er dich echt nice rausgeschossen? Allerdings. Kannst du ihm Deckung geben? Dann würde ich die M24 benutzen. Ich würde auch noch gerne mal looten gehen. Oder hast du die schon genommen? Nee, nee. Ich hab die SOD. Okay. Ich versuch zumindest Deckung zu gehen. So gut es geht. Die Bäume, die da liegen, sind halt nervig. Die geben super Deckung eigentlich für die. Ja. Ich bin relativ nahe gespawnt. Ich bin an der Hauptstraße gespawnt. Okay. Was für den Skin hast du, Luca? Äh, jetzt bin ich der mit einem grünen Oberteil und so einer. Ich bin am Helikopter, Perry. Ja. Blaue Hose, kariertes Hemd. Haben wir noch einen Bloodpick zufällig in einem der Leichen? Ne. Ich hab den Skin, den der Typ eben gerade hatte. Ja. Ich versuch mal was mitzunehmen. Ja, ich auch gerade. Dann gebe ich Deckung. Damit die keine Waffen lieben können. Ja. Dann gebe ich Deckung. Na, wir müssen auf die Makl-Dorfschüsse auf. Oh, da schießt einer auf mich. Oben, oben, Feuerwehr. Ja, die entfällt. Fuck. Ich kann den so nicht einsehen. Wo denn? Äh, in der Feuerwehr oben. Und, äh, durch den Wald kommt einer. Bist du das? Bin ich, das bin ich. Dann, du der auf mich guck... Leg mich hin. Nein, dann bist du das nicht. Okay, ist ja anders. Ich werd angeschossen von zwei Seiten, Perry. Ja, ich weiß auch nur. Ich bin jetzt hier direkt bei dir, Perry. Fuck. Und die Ding schießt noch. Ich halte die hier auf. Hat der schießt in AK? Ja, ich bin tot. Fuck. Fuck. Der Typ hat mich auch gleich. Ich muss Waffe wechseln, ich muss Waffe wechseln. Oh fuck, jetzt werd ich auch angeschossen. Ich hab sau wenig Blut. Ich lauf erstmal weg und dann versuch ich einen Weg zu... Fuck, der hat mich getroffen. Ich hab... Ich hab... Hab dir einen. Okay. Dann ist da nur noch eine Lee Enfield. Die ist, äh, an der... Oh, ich hab gar kein Blut mehr. Fuck, ich muss mich schnell verbinden. Ich hab absolut kein Blut mehr. Das ist komplett leer. Der... Klopfen. Oh, ich hab mich verbunden, aber ich hab jetzt diesen Geist. Ah, okay. Okay. Ich hab mich kapandagieren. Ich hab noch mal einen Painkiller gegessen. Haben wir den jetzt in der Feuerwehr tot gehabt? Nene, ich hab nur den außen. Okay. Keine Ahnung, wo du dir aus der Feuer... Oh, hier ist er. Bei dir? Ja. Viel Munition kann da nicht bleiben. Okay, ich bin auch wieder gespawnt. Alter, wie viel hält der denn aus? Hab ihn. Hab ihn. War der Typ, war ein anderer Typ mit einer AK. Und Lee Enfield, das war der. Ja. Kannst du seine Waffen nehmen? Ja, hab ich. Hier ist ein Deer-Stand, ich versuch da drauf zu gehen. Dann hab ich einen kleinen Überblick. Ich hab jetzt Angela-Hood-Stand. Okay. Da sind, äh, da kommen Leute zu dir. Ah ne, da sind Zombies. Ich komm aus Richtung Kreisverkehr. Okay. Du bist da beim Looten? Ja, ich bin da beim Looten. Dann geh mal da weg, geh mal da das Stück weg. Nicht da, weil sonst kommen die von einer Seite. Ja, liegt noch in der S58-CC. Oh, da schießt er ja. Ja, ich loote die. Von, von woher schießt du? Makrobo schießt du? Ah, ich seh den nicht, ich seh den nicht, ich seh den. Nein, das ist fair. Ich schieß mit Lee. Okay. Hab ihn einmal getroffen. Okay. Fuck, jetzt kommt der, wenn wir nochmal auf mich schießen. Dann low-fake, dann low-fake. Ich schieß ihn gleich einmal ab. Ja, ich bin hinter dem. Der hat jetzt keine Muni mehr. Okay. Er ist tot. Jo, das ist ein guter Freund. Ich komm da gerade angerannt mit dem Presto-Skin. Äh, nicht Presto-Skin, äh, Angler-Skin. Ich bin auf dem Deer-Stand. Wo liegt die SA? Wo liegt die SA? Ja, ja, wo liegt die SA? Hier, hier liegt doch die M16 und so. Okay. Ich hab die SA jetzt, da liegt die M16 A4 und die SVD drinne. Ich frag mich, wo meine M24 denn ist. Hab ich schon unmischig umgekippt. Ich hab die M24. Achso, okay, okay. Gute. Ich bin umgekippt, ich kann grad keinen Deckung geben. Ich hab jetzt eine AP SSD, ich kann kurz die Zombies töten. Wo ist meine Leiche? Mir fehlt richtig viel. Hier liegt noch eine AK mit drei Magazinen, nehm ich mal mit. Die Magazine zumindest. Äh, kannst du nur kurz weggehen, damit ich den Rucksack nehmen kann? Jo. Der spawnt irgendwie nicht. Vielleicht ist nicht mehr da. Nimm dir irgendwie einen anderen Backpack dann. Irgendwie einen Bad Boy Back. Hier sind keine mehr. Doch, doch, ein Backpack war ja noch. Hinter rechts von dir. Hier an dem Baum. Ah ja, da. Genau, da. Ja. So, Unmächtigkeit ist jetzt gleich Sonde. Ich hab noch eine M16 A2, ne? Also. Ja, dann lass mal hier weg. Ja. Ja, wir haben alles. Ich bin wieder Ohnmächtig. Hm. Boah, das wird jetzt mega nervig. In der nächsten Stadt, äh, in der übernächsten kommt ein Krankenhaus. Ja. Und du bist hier oben offen, dir ist ein Ohnmächtig, ne? Oh, unter mir ist einer mit einer Macker drauf. Muss tot sein? Alter, ich hab... Alter, wieviel hat der denn ausgehalten? Ich bin auch tot. Hütest du? Kann ich nicht planagieren. Der ist tot, der ist tot. Ich bin auch tot. Wer hat dich denn getötet? Ja. Second War Skill. Habt ihr euch gegenseitig angeschossen, oder? Jaja, wir haben uns gegenseitig getötet. Okay. Der ist auch tot. Man. Ihr müsst euch immer so ein bisschen bewegen beim Schießen. Damit... Weil ihr wisst ja, das ist zeitverzögert. Ja. Perry, du bist das, der da unten läuft, ne? Jaja, ich glaub, ich glaub so ein bisschen hin und her. Guck nach links, nach rechts. Kannst du das Grave Cross... Oder kannst du die Leiche halten? Geht das? Und dem? Ja. Wenn dann jetzt keiner kommt, ja. Ja. Und dann... Au, du kannst auch von Dings die Leiche halten. Ich hab ja ne Waffe. Warte, ich... Bei mir sind doch die ganzen Tools drin, die würd ich gerne wieder haben. Ja, die Tools nehm ich eben mit. Gibst mir Deckung. Versuch's. Ich nehm die ganze Munition und so alles mit einfach. G36, Magazin, ähm... Matchbox. Okay, ich hab alle Tools. Ich heil die Leiche einfach. Hast du meinen Rucksack auch? Oder hat Perry den Rucksack genommen? Weil der ist größer. Dann... Egal, egal. Ja, okay. Ich bin jetzt geil. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Ich lass's einfach weg. Aber ich hab wirklich gar kein Blut. Lass's da vorne zur Mauer. Ja. Ich muss am Wald entlang laufen, weil ich hab... Ich werd unmächtig sonst gleich. Ich hab wirklich... Da ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Wo? Oh. Ist ihm gekippt, ja. Und schnell weiter. Boah, ich bin in deinem Schiff. Da läuft ein Abstand, da läuft ein Abstand. Es sollte eigentlich getroffen sein. Muss mich eben wandern. Nein, der läuft immer noch. Der... Der... Der ist angekippt. Ist tot. Ganz schnell einfach dann zur Mauer und an der Mauer entlang laufen. Ja. Ich hab die Munition mitgenommen, also äh... Die können keine Waffen mehr haben. Laufen außerhalb noch am... Strand entlang. Mal schön nach hinten gucken jetzt. Könnten hinter uns fahren. Ich bin wahrscheinlich mit ein, zwei Mackeldorfschissen tot. Die Stadt, wo die Mischung ist, ist auch ein Krankenhaus. Boah, ich hoffe nicht, dass wir jetzt mitten in die Bots-Training laufen. Die stehen auch teilweise auf Gebäuden, wo man eigentlich nicht drauf kann, also... So. Okay. Es ist die nächste Stadtrichter Volker. Warte mal. Mhm. Der ist die danach. Boah, wie unlucky, dass da jetzt auch mal die Mission ist, ne? Oh, ich sehe einen mitten an die Enfield da rumrennen. Oh. Gegen die Enfield habe ich kein Munition aufgehoben. Der Typ guckt gerade sich den Deercent an. Sonst lauf einfach weiter oben lang, weißt du, dann kommst du oben lang. Dass du sicher einfach zu uns kommst. Ich hab ne Waffe für dich. Ich hab ne sexy Magazin, so ne... Ja warte, der Typ wendet mir grad den Rücken zu. Ist tot. Nice. Ich hatte dieses Mackeldorf gekämpft, ne? Irgendwann oben. So, jetzt habe ich nen SKS. Barry, hast du denn sonst noch einen gesehen? Ne, ne? Nö. Also mit dieser KA, mit dem Heli, müssen wir wirklich auf Distanz. Wir waren viel zu nah dran, weil man konnte gar nicht einen sehen. Ich konnte immer nur so... Oh, ich bin umgefallen. Falls ein Zombie hinter mir ist. Hinter mir ist einer. Den lenke ich ab. Ja, okay. Äh, falls ihr nächstes Mal in so ein Kampf kommt, musst du auf jeden Fall viel weiter wegfliegen. Weil ich konnte immer noch 30% oder so von der Feuerwehr, äh, einsehen. Weil das war viel zu nah, und, ähm, vom Zoom her. Und, ähm, ich konnte auch nicht dann ganz nach unten oder ganz nach oben, weißt du, mit dem... Gedingsbumse. Ey, aber wie die immer Glück haben und immer sofort so One-Hit-Rows schießen, ne? Mhm. Oh, Zombie knabbert mich an, Perry. Hab schon Headshot gegeben. Knabbert mich immer noch an. Jetzt ist ihm gefallen. Ich blute. Guckst du? Ich hoffe nicht. Also ich hab kein Blutungszeichen, aber ich hab auch kein Blut mehr. Ja, die Bots kommen jetzt immer näher. Ja, ich höre die auch schon. Leg mich hier kurz mit Nosfeld. Ich hab wieder dieses Zeichen, ne dieses... Ich lauf weiter. Ja, ich... Ich hätt schon zweimal die Zeichen jetzt. Äh, leg dich hin, leg dich hin. Ich lauf einfach weg von den Bots. Ja, komm, dann scheiß ich auch drauf. Die kann ich eh nicht ziehen, ne? Wirst du, ich wurde, glaub ich, noch nie von den Bots... Doch. Ne, wir waren, glaub ich, noch nie von denen gesehen, so. Wir hatten ja die Base damals so auf dem Strand. War den immer scheißegal. Genau, wenn man auf die Schieß den. Ich dachte, Scheiße, die Lee sind grad mega, die Bots. Ja, Mann. Ich guck die einfach nicht an. Vielleicht bringt das was. Hä? Kennst du so Splinter-Style, äh, Splinter-Style? Wenn du die nicht anguckst, guck die dich nicht an. So Perry, ich ne ne Maka halt auf, ne, und lauf einfach in die Feuerwehr, äh, in die... Oh Gott. Ja, die schießen auf mich. Auf dich? Ja. Überlebst du das? Ne, die treffen mich. Wir laufen einfach mit Turbo quer in die Stadt. Ja, ja, mach ich. Wir treffen uns im Krankenhaus. Okay. Hoffen wir. Alter, dann machen wir... Ich bin getroffen. Fuck. Kannst du dich verbinden, Anki, unterwegs in deinem Haus? Ich bin unmächtig. Also, wenn die nicht weiter schießen, überlebe ich. Okay. Boah, bitte nicht unmächtig. Ich bin vor dem Krankenhaus. Ich bin im Krankenhaus. Und hier ist kein Loot. Die sind weiter geflogen. Soll ich zu Glück kommen, dich heilen? Nee, 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 du brauchst nicht. Ich überleb' das. Soll'n ganz wenig Blut, aber da ist ja ein Krankenhaus. Ja. Guck einfach, dass du safe bist. Aber ich hab' noch... ...halb Blut etwa. Also, überlebe ich locker. Scheiß, Mann. Hier ist kein... Hier ist kein Loot. In der Zwischenzeit haben wir uns etwas vom Krankenhaus entfernt, um den Loot zu triggern. Also, ein NPC... Alter, wir hatten grad dabei richtig Pech, ne, wenn wir das zusammenfassen. Unser Heli wird kaputt geschossen. Wir waren im Bambi-Fight. Überleben, schwer verblutet. Oder schwer verwundet. Laufen hier hin. Zu dem einzigen Krankenhaus in der Nähe, wo eine Mission gerade aktiv ist. Und zusätzlich kommen noch NPC-Helikopter und... Nee. Irgendwie ist hier nix gespawnt. Boah, spawnt er vielleicht nix wegen den Chesspots? Kann sein. Oh, da schießen sie wieder. Hilfe! Die Nächsten wären in... Ranibor. Ich glaub dran. Wir müssen auch mal auf der... Auto! Okay. Und wo? Riecht vor mir. Ranibor. Ich bin tot. Okay. Besteckt euch. Wenn der lootet... Oh, das fällt doch... Oh ja. Oh ja, da ist er. Ich seh den Typen nicht. Der fährt, äh... Achtung, pass auf. Der fährt, ähm... Auf dem Feld. Oh ja. Alter, das ist ein Armored SUV? Nee, nee. Das ist ein Armored SUV. Echt? Ja. Ich glaub wir wurden gesehen. Was macht der da? Ich glaub der looted. Meinst du? Ich kann eben... So ein Zombie verrät uns gerade. Meinst du, der hört schon die Schüsse? Mit einer SR-61? Warst du denn da? SD silenced? Fuck, ich will nicht. Ich bin unnüchtig. Nein. Ich muss kurz den Zombie hier töten. Ja, das wird der leider hören. Du musst dir den aber auch halten. Wenn's geht. Mann, der stirbt ja nicht nach einem Schuss in den Kopf. Doch, das dauert nur kurz. Halt, buddy. Ne, nicht mit einer SR-61. Oh ja, der kommt jetzt glaub ich, oder? Ne, der fährt in die andere Richtung weiter. Was macht der da? Was macht der da? Ich hab auch ein Pech. Ne, nur ein Seven, ne? Oder ein Mitro. Ich kann Mitros spawnen. Das wird so ne richtige Pech-Folge, ey. Ja, Mann. Bist du übers Feld gelaufen, Perry? Ja. Achso, dann ist ja kein Wunder. Der hält mich auch so. Ey, ist morgen zufällig... Ja, der fährt unten am Strand entlang. Das passt. Der will zur Mission gehen. Okay. Es ist morgen zufällig Freitag der 13. Das wird die perfekte Folge. Ne, leider nicht. Morgen ist nämlich Freitag der... Kennst du? Wir sehen es... Mein Gott, der SUV kommt doch hierher. Oh mein Gott. Oh mein Gott, renn. Ren, versteck dich. Ich weiß nicht. Der kommt jetzt hier die... Ne, der fährt ja die Hauptstraße hin. Der fährt in die andere Richtung. Der fährt in die andere Richtung. Der fährt nach Pranibor. Lass einfach den Wald. Ne, der dreht wieder um. Wohin jetzt? Der kann jetzt nicht mehr in den Wald. Der kommt direkt jetzt hierher. Jo. Ich... Ich bleib hier im Gedank. Ich glaube der hat mich gesehen. Hätte ich auf Top spawnen. Ne, der hat mich nicht gesehen. Der hat mich auch nicht gesehen. Aber die Zombies. Hinten. Ich lauf jetzt in den Wald. Ich lauf jetzt im Wald. In Pranibor haben wir einige Bloodpicks gefunden. Haben uns voll geheilt. Waren jetzt wieder auf dem Weg zur Mission. Wo wir uns auch wieder mit Parry treppen wollten. Und unterwegs zur Mission passierte folgendes. Ich lauf schon mal hier rechts auf dem Feld. Ja. Ich lauf dann ein bisschen her. Falls was ist. Da vorne kommt der SUV. SUV kommt. Von welcher Seite aus? Von rechts. Die rechte Spur. Äh... Von... Ja. Ich seh den. Oh, Parry. Drauf schießen? Ja, nein. Ja, ja. Schie, 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 schie. Oh, die haben schon gesehen. Ja. Kannst du dir da eigentlich Deckung suchen? Ja, bin ich. Okay. Ich weiß nicht, kommen die wieder? Die haben angehalten. Die haben angehalten. Okay. Die haben dann angehalten. Es sind vier Leute. Sind die ausgestiegen? Ja. Alle ausgestiegen. SUV steht jetzt da. Oh, wir haben den kaputt gemacht. Oh mein Gott. Einer läuft. Einer läuft. Rechts lang. Einer links. Einer ist links in den Büschen. Ich such den in den Büschen. Der hat geblutet. Den haben wir getroffen. Den haben wir richtig gut getroffen. Jawohl, da haben wir den SUV kaputt bekommen. Haben aber den Kampf selber leider verloren. Das waren nur noch Tange Camper. Deswegen lasse ich das Ganze hier auch weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert das Video. Hier oben seht ihr jetzt einen Random Day Z Part und unten da den letzten Origins Teilen. Haut rein. Genieß den Sonntag.